Willkommen bei diesem Einsteigerführer für Stardew Valley. Heute tauchen wir in die wesentlichen Tipps ein, die jeder neue Farmer kennen sollte, um auf seinem Land erfolgreich zu sein und das neue Landleben zu genießen. Ob du gerade erst anfängst oder dein Early Game verbessern möchtest, diese Hinweise helfen dir, das Potenzial deiner Farmen zu maximieren und dich in die Stardew Valley-Gemeinschaft zu integrieren. Vom Pflanzen des ersten Samens bis hin zum erfahrenen Farmer ist alles abgedeckt mit diesen praktischen und strategischen Tipps. Let's, ja, Let's Fats. Täglich Fernsehen, ja. Mach es dir zur Routine, jeden Morgen den Fernseher einzuschalten. Das nicht nur zur Unterhaltung, sondern das Fernsehen liefert wertvolle Tipps, Kochrezepte und eine Wettervorhersage, die entscheidend für die Planung von Aktivitäten, wie das Aufrüsten der Gießkanne ist, wenn zum Beispiel Regen erwartet wird oder wenn ihr euch das Feldergießen sparen könnt. Diese tägliche Gewohnheit kann deine landwirtschaftliche Strategie und deinen Gesamterfolg erheblich beeinflussen. Ja, sobald man kann, sollte man Vogelscheuchen bauen, um die Felder vor den Viechern, vor den Vögeln zu schützen. Zu Beginn bedeutet nämlich der Verlust von Ernten oder von Ernte, ja, zu einem Verlust von wesentlichen Einkommen und vertanenden Wachstumschancen. Da ist das oberste Priorität, die Felder zu sichern. Nicht nur, dass es das Einkommen schützt, es gewährleistet auch einen stetigen Fortschritt auf deiner Farm. Oder schwarze Brett regelmäßig überprüfen. Denn die regelmäßigen Besuche vom schwarzen Brett außerhalb von PS Laden sind definitiv ein Muss. Hier findest du Aufgaben von Stadtbewohnern, die zusätzliches Einkommen bieten und dir helfen, Beziehungen in der Gemeinschaft aufzubauen. Diese Aufgaben fügen auch ein bisschen Abwechslung in die tägliche Routine ein und erhöhen das Engagement im Spiel. Auf die bevorstehenden Jahreszeiten sich vorzubereiten ist ebenfalls wichtig. Behalte den Kalender im Auge und plane voraus für die Wechsel der Jahreszeiten. Jede Jahreszeit dauert 28 Tage und, ja, von der falschen Ernte zur Jahreszeitenerinnerung überrascht zu werden, kann sehr, sehr teuer sein. Strategische Planung kann hier erhebliche Verluste verhindern und die Produktivität der Farben natürlich steigern. Alles für die Quote. Sozialisieren und Geschenke geben. Stardew Valley dreht sich genauso um Beziehungen wie um Landwirtschaft. Also sprich mit den Dorfbewohnern, gib ihnen durchdachte Geschenke, um die Beziehungen zu ihnen zu verbessern. Es könnte zu Freundschaften oder sogar zu romantischen Beziehungen führen. Beziehungen aufbauen schaltet auch hilfreiche Tipps und neue Möglichkeiten frei. Und den ganzen Cutscenes, die man zu sehen bekommt, mal ganz ab. Ja, das Gras solltet ihr für das Vieh erhalten. Räum nicht das ganze Gras auf deiner Farm ab. Sobald du halt Viecher hast, werden die das als Nahrung benötigen. Ja, Gras für Heu zu sparen, das ist ein bisschen wirtschaftlicher. Und wenn ihr das Silo gebaut habt, könnt ihr das dann eben halt auch mit der Sense einmal einsammeln, um eben halt Heu zu sammeln, um die Viecher immer wieder zu füttern und das nicht kaufen zu müssen. Diese Weitsicht halt spart ein bisschen Geld und stellt sicher, dass die Tiere gut gefüttert sind. Das Gemeindezentrum, dem solltet ihr frühzeitig spenden. Denn das Gemeindezentrum bietet Bündel, die mit bestimmten Gegenständen gefüllt werden müssen, die Kinder mit früh, besonders da einige Gegenstände saisonabhängig sind. Und wenn man das verpasst, bedeutet das, dass man ein ganzes Jahr warten darf, also bis die dann wieder auftauchen. Die Bündel zu vervollständigen, verbessert auch verschiedene Aspekte der Stadt und des Lebens in Stardew Valley. Ja, die Ernte solltet ihr auch, euer Anbau, das solltet ihr in der Nähe von Wasser platzieren. Man sollte nämlich das Layout der Farmweise sich überlegen, indem man Ernten in der Nähe von Wasserquellen wie Teichen oder Flüssen pflanzt. Das hängt halt immer stark davon ab, welche Farben ihr gewählt habt. Es braucht definitiv Zeit und Energie beim Bewässern der Pflanzen. Man muss halt nicht immer ständig mit der Gießkarre 300 Meter laufen. Ein effizientes Wassermanagement ist der Schlüssel, um auf besonders großen Farben und in trockenen Jahreszeiten gut zu bestehen. Ja, das Rucksack-Upgrade priorisiert das. Die Erhöhung der Tragekapazität macht früh einen sehr, sehr großen Unterschied. Mehr Platz bedeutet weniger laufen nach Hause. und halt zum Entladen, was einem erlaubt, mehr Zeit damit zu verbringen, entweder Felder zu bestellen, den Bergbau zu betreiben oder zu erkunden. Das ist ein kritisches Upgrade, deswegen für die Steigerung der Effizienz und der Fähigkeit wertvollere Gegenstände zu tragen. Daher seht zu, dass ihr das fertig macht. Regelmäßig abbauen, also Bergbau ist entscheidend für die Gewinnung von Erzen und Mineralien, die für das Handwerk und Upgrades benötigt werden. Regelmäßige Fahrten zum Bergwerk kann wertvolle Ressourcen bringen, die die landwirtschaftlichen Fähigkeiten verbessern. Generell verbessert man ja auch seine Fertigkeiten damit. Bergbau bietet auch Zugang zu seltenen Edelsteinen und Materialien, die eben halt verkauft oder für andere Sachen, für Crafting-Rezepte verwendet werden können. Fischen, dadurch kann man zusätzliches Einkommen erzielen. Das ist halt eine zuverlässige Möglichkeit, besonders in den frühen Tagen, wenn man wenig Geld hat, zusätzliches Geld zu verdienen. Ja, auch eine gute Möglichkeit, um Zeit zu überbrücken, während man auf das Wachsen der angebauten Sachen wartet. Fähigkeiten im Fischen können mit der Zeit verbessert werden. Das wird dann auch leichter zu angeln. Dann gibt es seltenere und wertvollere Fische, also mehr Kohle im Grunde genommen. Schau, dass du dich auf hochwertige Samen oder Anbausachen konzentrierst. Investiere auf jeden Fall in Ernten, die hohe Renditen für die Investitionen bieten. In der Regel ist das so, dass teurere Samen natürlich auch mehr abwerfen an Geld später. So eine Strategie wird halt deine Farmrentabler machen und dir dabei helfen, Erweiterungen und Werkzeug-Upgrades zu finanzieren und auch zu bekommen. Ja, das ist schon nicht unwichtig. Werkzeuge solltet ihr immer aufrüsten, sobald ihr die Möglichkeit habt, denn aufgerüstete Werkzeuge arbeiten definitiv effizienter. Eine bessere Gießkanne kann mehr Felder abdecken. Ihr könnt schneller Bäume hacken. Das kostet weniger Energie und das Investieren in diese Upgrades kann halt den Fortschritt definitiv beschleunigen und das arbeitsintensive Aufgaben erleichtern. Erkunde auch mal zwischendurch. Also zögere nicht mal jeden Winkel dieser tollen Spielwelt zu erkunden. Viele Bereiche enthalten sammelbare Gegenstände. Es gibt versteckte Geheimnisse, Ressourcen, die für die Farm wichtig sind, für das Community Center, den man abgeben kann, die Sachen dort in den Bundles. Und es gibt auch manchmal kleine Cutscenes, die euch dann erwarten. Das bereichert das Gameplay auf jeden Fall. Und wenn Festivitäten sind, ihr solltet auf jeden Fall an den Gemeindeveranstaltungen teilnehmen. Das ist nämlich nicht nur zur Unterhaltung, sondern stärkt auch die Beziehung zu den Stadtbewohnern. Man kann halt mit allen sprechen und man kriegt dort einzigartige Gegenstände und Preise halt auch. Also ich würde das auf jeden Fall mitmachen. Und ihr solltet auf jeden Fall Geld zurücklegen für Festivals. Also einige Festivals haben nämlich seltene Gegenstände oder eben halt auch Samen, die nur dort verkauft werden. Und wenn man das zur Seite gelegt hat, kann man sich halt einfach einen Vorteil verschaffen. Und gerade wenn man auch für die Achievements spielt, ist es halt wichtig, zum Beispiel die Vogelscheuchen dort zu kaufen. Achtet auf eure Energie. Die Energieleiste ist euer größter Gegner am Anfang des Spiels. Vermeidet Erschöpfung, weil dann habt ihr am nächsten Tag nur die Hälfte der Energie. Nutzt Essen, nutzt das Spar, um die Energie wieder effizient aufzufüllen, damit man halt einfach mehr erreichen kann. Ein effizientes Energiemanagement ist entscheidend, um die Produktivität des Tages zu maximieren. Also wenn man halt am meisten da rausholen möchte. Bezüglich der gepflanzten Sachen solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr den Raum und die Ressourcen optimal benutzt und auch eventuell sogar eure Ernten gruppiert, damit die optimale Bewässerung und das Anpassen an Sprinkler einfach auch irgendwie in so ein alltägliches Werk übergeht. Das macht es einfach einfacher, als wenn ihr ein Kreuz wild durch die Gegend baut. Ein gut geplantes Farmlayout erhöht auch die Erntemenge und vereinfacht halt die täglichen Aufgaben. Also es lohnt sich schon mal ruhig, zwei, drei Minuten darüber nachzudenken, wann man wie, wo, was hinpacken kann. Ja, die Bewohner des Spiels haben viele hilfreiche Tipps und auch Aufgaben, die einem mehr über die Landwirtschaft, das Fischen und so weiter beibringen können. Die Einblicke können halt unbezahlbar sein, das treibt die Story voran und es schaltet auch ein bisschen spiemich an, nickenfrei, die euch das dann alles ein bisschen einfacher machen. Es lohnt sich auf jeden Fall tiefer, auch in das soziale Gefüge der Bewohner von Stardew Valley einzutauchen und weil da auch teilweise echt tolle Geschichten bei sind. Und auch einige nicht ganz so tolle. Muss man nicht, weil sie schlecht werden, sondern weil sie halt einfach leider sehr düster sind. Genießt diesen Prozess. Denkt auf jeden Fall daran, das ist ein Spiel überentdecken und Farmleben in deinem eigenen Tempo. Es gibt Leute, die bauen Farmen, schlackern einem die Ohren, die machen eine Million jede Saison. Darum geht es nicht zwingendermaßen. Es geht halt auch einfach, die eigene Farm aufzubauen, das zu genießen, die Geschichten kennenzulernen und einfach den Platz in Stardew Valley zu finden, den eigenen Rhythmus zu erkunden und daran zu wachsen. Ich hoffe, dir haben die Tipps als kleiner Wegweiser so ein bisschen weitergeholfen, damit du erfolgreich das Spiel starten kannst. Viel Spaß in Stardew Valley und genießt das. Danke dir, dass du mein Video angeschaut hast bis zum Ende. Falls du noch ein weiteres Video gucken möchtest, du findest eins auf dieser Seite und die ganze Playlist findest du auf der anderen Seite. Falls du es noch nicht getan hast, einfach mal einen Daumen nach oben geben oder aber den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch keine Videos mehr von der Vesarius Gamer Stube. Vielen Dank dafür, bis zum nächsten Video.